Ich habe jetzt jemanden engagiert, der ist jetzt als Tochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sind sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käse-Reibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? I'm Tony. Tony, Tony. Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käse-Reibe benutzt. Ist das eine spezielle Käse-Reibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Schnuck. Hello. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Ich habe gar kein Furzkissen. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. No? Mit dem Schlüssel. Ich bin sicher, Bockten. Mein Vater macht eine dumme Schade. Wir müssen das Problem solve. Ich bin sicher. Vielen Dank.